Hallo, mein Name ist Sascha Kurz. Ich bin Bäckermeister in vierter Generation und der aktuelle Geschäftsführer der Bäckerei Kurs. Mit diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, dass wir hier in Osnabrück, in Neversburg, jede Nacht für Sie aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe das Beste machen können, was man machen kann damit. Leckere Backwaren. Die Bäckerei Kurs ist seit über 100 Jahren ein Osnabrücker Familienunternehmen. In unserer Backstube in Neversburg steht ein starkes Team von Bäckern und Konditoren jede Nacht 365 Tage im Jahr zusammen. Aus Mehl, Hefe, Wasser und Salz werden hier Brot, Brötchen und feine Backwaren gebacken. Alles unter modernsten Arbeitsbedingungen und nach traditionellen Rezepten. Unsere Backwaren kommen aus Osnabrück. Woher kommen ihre? Bewickermissionen